Zählt die Urlaubsgeld- und Überstundenauszahlung, die ich nach Rentenbeginn bekommen habe, auch für die Höhe meiner Rente mit dazu? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Aktuell wieder eine ganz interessante Anfrage. Zählen Urlaubsauszahlungen und Überstunden, die im letzten Arbeitsmonat vor der Rente geleistet wurden, jedoch später, nach der Rente ausgezahlt worden sind, mit zur laufenden Rente mit dazu. Zur laufenden Rente zählen sie erstmal nicht mit dazu. Im § 75 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Nr. 6 steht sinngemäß geschrieben, wenn aus Einkünften während dem Rentenbezug Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt worden sind, dann werden für diese Beiträge, Einkünfte, Zuschläge an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters ermittelt. Bisschen sperrig, aber ganz klar. Das heißt also, wenn ich Geld verdiene, was vielleicht auch schon vor Rentenbeginn abgerechnet wurde, aber dann erst danach ausgezahlt wird, werden daraus Entgeltpunkte berechnet und diese werden als Zuschläge an Entgeltpunkten dann auf die spätere Rente angerechnet. Wenn ich aber im anderen Fall als Rentner normal weiterarbeite und ein Einkommen habe, einen Hinzuverdienst habe und das Arbeitseinkommen ist sozialversicherungspflichtig, dann bekomme ich ja auf dieses sozialversicherungspflichtige Arbeitsentgelt Rentenpunkte gutgeschrieben. So sagt es § 75. Und das erhöht dann meine spätere Rente. Und die Berechnung dieser Zuschlagsentgeltpunkte erfolgt nach § 76d SGB VI. Die werden quasi so berechnet, wie Beiträge aus Pflichtbeitragszeiten in Entgeltpunkte umgerechnet werden. Also nicht die Beiträge werden umgerechnet, sondern das Arbeitseinkommen und der Hinzuverdienst, den ich da habe als Jahreshinzuverdienst, wird dann in Entgeltpunkte umgerechnet. Der Zeitpunkt der Berechnung dieser Zuschlagsentgeltpunkte ist immer Beginn der Regelaltersgrenze oder die zu diesem Zeitpunkt bestehende Rente wird dann neu berechnet und bekommt dann diese Zuschläge an Entgeltpunkten obendrauf gezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel